Auf der Öffnung einer Glasflasche liegen ein Plastikring und eine Münze. Wie bringt man die Münze in die Flasche, ohne sie zu berühren? Zieht man den Plastikring weg, so fällt die Münze in das Glas. Warum passiert das? Zieht man den Plastikring weg, so wirkt man auf den Plastikring ein, jedoch nicht auf die Münze. Die Münze erfährt also keine horizontale Kraft und fällt aufgrund der Gravitationskraft in die Flasche. Wenn keine Kraft auf den Körper einwirkt, so ist die linke Seite der Bewegungsgleichung Null. Damit muss auch die rechte Seite der Gleichung Null ergeben. Da die Masse ungleich Null ist, muss die Zusatzgeschwindigkeit Null sein. Das heißt, ein Körper, auf den keine Kraft einwirkt, erhält auch keine Zusatzgeschwindigkeit. Oder anders gesagt, jeder Körper behält seine Geschwindigkeit, Tempo und Richtung bei, solange auf ihn keine Kräfte ausgeübt werden. Dieses Prinzip nennt man Beharrungs- oder Trägheitsprinzip. Dasselbe Prinzip ist auch dafür verantwortlich, dass man das Tischtuch von einem Tisch ziehen kann, ohne das Geschirr zu Boden zu werfen. Wichtig ist dabei, dass das Tischtuch schnell weggezogen wird. Sonst ist die Einwirkungszeit und damit die Reibungskraft zwischen Tischtuch und Geschirr zu groß und das Geschirr wird mitgezogen. Mehr Infos zum Thema Reibung gibt es in Woche 5.